Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Komm, riskiere es, engagiere das intelligente, dicke Mädchen Sie hasst mich, Nigel? Ich wüsste, wie du mir helfen kannst Nein Bitte, ich bin verzweifelt Ich weiß, es ist tragisch Würde mir das passen? Ein bisschen Gleitcreme und Angelschnur und der Wall ist geretzt Ich bin immer noch dieselbe, hab nur bessere Klamotten Ich fand die alten toll Andy, du siehst so schick aus Und du siehst dünn aus Ehrlich? Ich bin nur noch eine Lärmgrippe von meinem Traumgewicht entfernt Happy Birthday Es tut mir so leid, Nate Mein Privatleben hängt zur Zeit an einem seidenen Faden So ist das, wenn man Erfolg im Beruf hat, Schätzchen Sag Bescheid, wenn dein Privatleben den Bach runter ist Dann wird es Zeit für eine Beförderung Wissen Sie, warum ich Sie eingestellt habe? Ich entdecke sehr viel von mir in Ihnen Die Leute glauben, dass der Erfolg von alleine kommt Das tut er nicht Wollen Sie dieses Leben? Es ist Ihre Entscheidung Ich muss heute noch nach Hause Sie wollen wegen des Wetters alle nicht starten Also bitte, es ist miese doch nur Aber diese deineID